Musik Ich stelle die Trompete vor. Musik Die Trompete besteht aus zwei Teilen, aus dem Mundstück und der Trompete. Musik Der Ton entsteht, indem man die Lippen anspannt. Und wie wenn ein Kirschkern ausspucken wird, das klingt dann so. Musik Ich brauche drei Finger von der rechten Hand, um das Instrument spielen zu können. Musik Trompete Trompete Die Trompete wäre orange, weil sie knallig und fetzig ist. Musik Die Trompete wäre ein Tiger, weil sie immer schnell und laut spielt. Musik Sie wäre einem Freund mich von Aladin. Musik Also alle, die das sehen, sollten Trompete lernen, weil sie immer gehört wird und laut ist. Musik 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 Musik